So, wieder Zeit für eine Runde Satisfactory und ich habe schon ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, ihr kommt jetzt einfach mal mit in 3, 2, 1, ab geht's! So, hier ist eigentlich schon alles vorbei und was ihr gerade seht ist der Schnitt und ich habe gerade festgestellt, dass ich ein neues Gate auf meiner Ingame Spur hatte, weswegen das immer so abgehackt ist. Das nervt mich, wird beim nächsten Mal besser, entschuldigt bitte. Ja, und ich würde sagen, weiter geht's mit der Folge. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich stehe gerade hier noch im Hauptlager, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon mal ein bisschen was gebaut habe, wenn ihr nicht dabei seid, dann nehme ich euch direkt mal mit. Ja, zum einen habe ich da oben ein bisschen gepinselt und auch da noch ein bisschen weiter gebaut, aber ins Auge sollte jetzt erstmal der Teil hier fallen. Einmal habe ich da nach oben eine Treppe hochgebaut, weil mir das auf den Sack ging, dass ich immer kreuz und quer laufen musste. Hat mir diese schöne Abkürzung aber damit verbaut, dass ich jetzt hier kreuz und quer laufe. Also, es hat irgendwie nicht ganz so viel gebracht und ich muss mich mit der Orientierung auch noch ein bisschen arrangieren. Aber ihr seht, hier ist jetzt tatsächlich alles nicht mehr ganz so hässlich. Und ich habe hier ein vernünftiges Treppenhaus und so weiter. Ich habe hier noch ein Türmchen, dass ich wieder mal sinnloserweise in die Weltgeschichte gepflanzt habe. Ich mag mal die kleinen Aussichtstürme. Die machen nicht wirklich viel Sinn und die bringen mich auch nicht wirklich weiter. Aber man kann doch schön gucken von hier. Also, ich mag das tatsächlich und ich werde das auch weiter hinzubauen. Zack. Weil sie einfach das Gelände ein bisschen füllen und hier nicht alles so 0815 habe ich schon tausendmal gesehen ist. So, dann machen wir jetzt mal hier die Tür zu und hier gleich eine Tür rein. Und wir machen direkt, weil er da wo wir waren, beim letzten Mal. Tatsächlich sind wir ja nun schon so weit, dass wir hier unten die ganze Kupferproduktion eigentlich schon voll abgedeckt haben. Ich habe gerade nochmal reingeguckt und festgestellt, auch bei den versteckten Eisenplatten reicht tatsächlich das Standardrezept und wir brauchen nur ein. Also wir haben echt nicht mehr viel, wir haben nur noch das und dann ist tatsächlich der Quarzoszillator schon fertig. Völlig problemlos. So, ich hatte da oben auch schon angefangen eine Decke zu ziehen, sehe ich gerade. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die da lassen will. Obwohl ich habe eigentlich nicht viele Bände zu verstecken in der nächsten Etage. Von daher würde ich hier nicht mit doppeltem Boden spielen. Das lassen wir mal noch drin. Aber wir ziehen hier erstmal komplett Dach rüber. Damit wir da oben weitermachen können. Das wäre tatsächlich auch mein erstes Ziel tatsächlich. Dass wir erstmal die Produktion hier hinstellen und dann gucken, dass wir danach die Fassade ein bisschen hochziehen. Jetzt ist da einer oben drauf, aber das ist halb so wild. Dann können wir hier nämlich erstmal lustig, was ist das denn hier? Egal. Hochmarschieren und gucken, was wir an Platz brauchen. Also, der Manufaktor steht nachher. Also, wahrscheinlich auch so hier hinten. So, dass ein bisschen Platz bleibt, aber wir raus können. Das Ganze möglichst mittig. Kommt hier noch mehr raus, außer die Eisenplatten? Eigentlich nicht. Oh, wir kriegen die gar nicht so schön mittig hin. Wie breit ist denn der? Okay. Ja, dann kann man so stellen. So, und dann ist hier gar nicht so viel Platz für den ganzen anderen Scheiß, den wir brauchen. Was wir jetzt erstmal gucken, was wir brauchen. Versteckte Eisenplatte. Haben wir dann fünf Stück raus. Das reicht genau für zwei Fabrikatoren. Und wir brauchen, ui, 60 Eisenplatten und 120 Schrauben. So, Eisenplatten ist, wenn ich mich nicht irre, eins zu eins. Gucken wir doch glatt mal. Wir fangen mal mit den Schmelzöfen an. So, die beiden wären wir für die... Ich weiß gar nicht, kriegen wir das ausgeglichen? Ich gucke mal gerade was. Schmelzofen. Und... Bündig hier ran. Bündig hier ran. Ne. Wenn ich den dann hier baue, ziehen wir... Ja, kriegen wir die Wand, glaube ich, nicht mehr hin. Wir gucken mal. Ne. Schade. Also müssen wir doch ein bisschen vermitteln. Und setzen die einfach hier mittig auf die Platte. Und dann wird das schon... Hm, so müsste richtig sein, ne? Ja. Steht ein bisschen über. So, dann haben wir erstmal... Zack. Wie viel spuckst du aus? 30. Wusste ich's doch. Dann haben wir die Eisenplatten zusammen. Ne, ich brauche ja nur 30. Wenn ich hier jetzt einen Konstruktor hinterher... Pfeffer. Ich mach das mal gerade einmal eng auf eng. Und du haust... Ne, du haust nur 23 raus. Iiiiih. 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 Das wäre eine krumme Zahl. Wie ätzend ist das denn? Das ist ja ganz ätzend. Okay, Moment. Wir machen mal einmal... So, das halbieren wir. Du brauchst nur 15%, 50%? Ne, nicht mal. Na, wie viel kommt dann? Achso, Zielproduktion. Ah, steht auch gleich darüber. Ich hab falsch geguckt. 10. Genau, dann haben wir genau 30. Und damit hätten wir einen Verbrauch von genau der Hälfte. Also 15. Äh, 15 und 30 sind... 45. Und für die Schrauben brauchen wir... Können wir auch in den gucken. Ähm... Zack. Der haut raus 40. Und wir brauchen... 60. Also auch anderthalb. Ähm... Anderthalb. Ja. Genau. Brauchen wir also 4 Stück dafür. Das wird mir hier alles zu eng, ehrlicherweise. Ach, wir haben hier noch einen rüber. Haha. Das heißt, wir können hier mit dem auf jeden Fall noch einen rüberwandern. So. Ja, sehr schön. So, das heißt, wir können dann hier erstmal... die Eisenstangen raushauen. Na, aber richtig rum. Das wäre dann so. Dann haben wir hier... Eisenplatten. Verringerte Eisenplatten. Und hier Eisenstangen. Haut dann 15 raus. Woraus wir wie viele Schrauben machen? Ähm... Brauchen wir 10. 40. Was hatten wir gesagt? Und 60 brauchen wir. Das heißt, wir kommen aus mit... 15 Eisenstangen. Und die hauen wir hier raus. Ja, perfekt. Wir brauchen nur einen Konstruktor für die Eisenstangen. Die können eigentlich auch so hintereinander wegproduzieren. Das ist eigentlich total lax. So, das heißt, wir brauchen drei Schmelzen. Das stimmt schon mal. Na, damit kommen wir aus. Aber du musst woanders hinwandern. Wo stellen wir dich hin? Also erstmal machen wir... Ups, ich habe das Eisen ein bisschen umgelegt. Dadurch ist das jetzt ein bisschen anders. So, das ist unser Fusionator. Guck ich richtig? Ich höre da mal ein Fusionator, ja. Das heißt, einer kommt hier hin. Einer kommt hier hin. Du kommst nur nirgends wohin. Du gehst dann nämlich drüber. Also ich könnte den ja jetzt ganz stumpf... Ne, könnte ich nicht. Reicht der Platz nicht ganz? Hm. Habe ich das eine Etage höher? Den Fusionator? Dann habe ich hier zwei Förderbandausgänge. Die dann einen hochgehen. Dann könnte ich eine Dreiertür bauen, wo einer rausführt. Ne, dann passt das aber mit dem Liften nicht. Das ist kacke. Hm. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Erstmal kommt ihr hier angeschlossen. So. Dann solltest du noch wirklich richtig stehen. Das wäre ein guter Anfang. Darin. Darin. Und dann haben wir das schon mal geklärt. Wir könnten hier unten uns ein bisschen mehr Platz schaffen. Dann haben wir auch ein bisschen Bewegung in dieser Hauswand, oder? Ich glaube, ich baue das einfach hier zwei rüber. So. Und dann haben wir da schon mal bedeutend mehr Platz. Zack. Einmal rüber. Zweimal rüber. Dann nehmen wir das hier erstmal weg. So. So. Der Fabrik, äh, Manufaktor kommt nach hier hinten. Hm. Vorletzte nach Möglichkeit. So. Und dann haben wir hier doch schon mal bedeutend mehr Platz. So. Und dann können wir nämlich auch. Das heißt, bedeuten mehr. So viel mehr ist es gar nicht, ne? Was wir machen können. Genau. Aber wir können hier so lieben stellen. Äh. Es sitzt aber nicht schön. Es sitzt dann gar nicht schön. Dann könnten die so machen. Können wir hier noch einen rüber? Ne, können wir auch nicht. Das ist ein bisschen schade. Ach ja. Markus mit seinem Engern eng bauen, ne? Das kann er gut. Hm. Was ich cool machen könnte, wäre. Das hier. Mal gucken, wie das aussieht. Wahrscheinlich scheiße und ich ärgere mich gleich. Gehst du gerade rüber? Der wäre gerade rüber. Das wäre schon mal cool. Und der ist logischerweise ein bisschen schief dann. Was ich eigentlich vermeiden wollen würde. Aber der könnte so machen. Und so. Dann haben wir das sauber dran. Du kannst hier sauber rangehen. Und du hier. Und dann hätten wir das Tetrae tatsächlich schön sauber an diesem Turm hier zusammengefügt. Was eigentlich ganz cool ist. Ich glaube, das gefällt mir. Das finde ich erstmal nett. Das lassen wir so. Dann ziehen wir hier erstmal ein Röhnchen rum. Und gehen tatsächlich bis zur Mitte hier. Ja, so machen wir das. Und dann brauchen wir einmal ein Splitter. Intelligenten brauchen wir nicht. Ich würde aber ein Splitter nochmal. Reicht. Ach, von hinten ran wäre schön, ne? Na gut, wir müssen das in Reihe machen. Das ist auch nicht, weil er will. Obwohl müssen wir gar nicht. Wir können den einfach hier hinsetzen. Ne, da schon mal nicht. Sondern mittig. Den dann da ran und hier einfach gerade weg. So passt, ne? Zack. Und dann läuft das auch. Wird sauber halbiert. Was es gar nicht müsste. Aber das amortisiert sich nachher irgendwann. So, hier raus werden Schrauben. Und hier raus werden auch Schrauben. Muss aber gar nicht volle Lotte. Hier reicht die Hälfte. Den Strom können wir uns sparen. Und das alles müsste dann nachher nur angeschoben werden. So, du machst Eisenbarren. Du machst Eisenstangen. Du auch Eisenstangen. Äh, Eisenbarren, Eisenbarren. Ihr macht gepflegt die Platten. Und das Ding wird dann nachher vollgerödelt erstmal. So. Und da falle ich hier erstmal munter runter. Sehr schön. Ab ins Nichts. Oh, jetzt muss ich da wieder hoch. Ere, wie ätzend ist das denn? Na gut. Wir machen hier gleich mal. Ein bisschen mehr Fundament dran. Wenn wir schon mal unten sind. Außerdem ist Markus leicht ablenkbar. So, und dann machen wir einfach hier unsere Rampe hin. Zack. Na so. Zack. Zack. Und dann da hoch. Passt. So, sind wir auch wieder da, wo wir hinwollten. So, dann hätten wir einfach, dass wir hier unsere Masten hinbauen können. Und gleich zwei übereinander, damit es schickig ist. Du müsstest dann gerade laufen. Richtig. Ja, schöner, richtig. Der Winkel läuft. So. Und wenn du jetzt hier noch runter, du passt da runter. Das ist 90 Grad. Das sind sogar 90 Grad. Das ist ja die Wucht in Tüten. Wie, und das ist zu steil, ja? Aha. Wie willst du denn das erzählen? Aber wir könnten einfach so rum machen. Zack. Echt jetzt? Wir müssen, nein, weil da rüber. Ja, Logo, weil ihr ein Stück rausguckt, ne? Wie mocht wie das? Ich setze dich aber ein Stückchen nach hinten, oder? Obwohl, ich will dich auch ungern nach vorne setzen noch. Das macht überhaupt keinen Sinn, nämlich. Außer, dass es dann hier passt. Aber dann wird es hier wieder so eng. Aber wirklich, hier lang rennen muss ich auch nicht. Von daher, ein Stück nach vorne, fertig, aus die Maus. Produktion, Manufaktor. Einmal zurecht drehen. Und eine halbe Platte. Mein Gott, sieht das scheiße aus. Das will ich nicht. Das hier nicht auf die Hälfte passt, ne? Das ist echt ein bisschen uncool. Aber gut, wir können ihn dann hier hinsetzen. Geht's uns allen besser. Passt ja auch nicht sauber. Passt nie irgendwo sauber hin, die scheiß Karre. Krieg ich die Wand wieder nicht? Ne, der muss hier stehen. Punkt, aus, Ende. Gibt's keine Diskussion. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das heißt, ich muss mir mit euch was überlegen. Was wir versuchen könnten, wäre... So. Da wird es echt darum gehen, ja? Was ist hier das Problem? Wir gucken einfach mal. Wenn wir das... So hier rumlaufen lassen. Die Felderband hat eine ungültige Form. Dein Ernst? Aber wir gehen mal einen nach hinten gerade. Quasi nicht hier, sondern hier. Und dann sollte das doch passen, oder was? Auch nicht. Bullshit. Bullshit. Wie sehr nervt mich denn das jetzt eigentlich gerade? Ätzend. Wollen wir hier... Wollen wir zu. Okay. Den Plan können wir uns erstmal abschminken. Gucken wir mal weiter. Wir könnten ihn auch... So hier hinstellen. Könnten wir ihn mit... Ne, können wir auch nicht. Das passt auch nicht. Also so wäre dann die Alternative. Zwei nach... Na, jetzt geht er ran. Das reicht aber auch nicht. Da wird das schief. Weiter hier rüber kann ich nicht. Ah, Nerv, ey. Da macht mir mein innerer Monk doch glatt wieder einen Strich durch die Rechnung. Ätzender Scheiß. Ätzender Scheiß. Wimogvidees. 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 Recht drehen und dann müsste das auch... Ja, dann ginge das. Wenn wir... Hier nochmal einen Mast hinbauen. Zack. Äh. Zack. Und dann ginge der hier ran. Aber wahrscheinlich schief. Ja, genau. Ja, dann machen wir lieber so, ne. Oder was meint ihr? Ist, glaube ich, die schönere Lösung. Beziehungsweise auch nicht so. Einmal so. Einmal so. Und dann einfach gerade rüber den Mist. Zack. Ja, das geht schon. Das sieht doch ganz gut aus. So. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß noch irgendwie verkabeln. Und Eisen muss hier noch zugeführt werden. Seht ihr? Hätte ich doch fast verstrahlt. Ich könnte das auch hier hinten in dem Servicegang hochlaufen lassen, ne. Genauso wie das Quarz eigentlich. Obwohl, ne. Ist nicht wirklich genug Platz für. Ne, ne. Das machen wir nicht. Gut, dann erst mal. Förderband Splitter. Die setzen wir hier hinten mittig. eng. Und drei. Und drei. Du dahin. Du dahin. Du dahin. liegt da eigentlich schon eisen drin sieht so aus oder das förderband liegt noch falsch das müsste doch nee nee kann man so lassen alles cool ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt dann kommt hier einmal so eine nette kleine wand hin und dann kommt hier auch schon das eisen so dann ist die höhe schon richtig reicht das für ihn ich glaube nicht ne ich glaube wir müssen tatsächlich so hoch sein am ende und dann plan drüber und wenn es ein bisschen zu hoch ist ach scheiße auch nix leck mich scheißspiel blödes drecks spiele ist aber auch ein höhenunterschied den man da irgendwann zu überwinden hat meine güte zum rücke das da drüben so richtig sauber läuft die aufnahme nicht ne ich glaube ich muss demnächst mal wieder auf 1080p wechseln weil es langsam etwas für den rechner vor also der green screen scheint wirklich massiv rechenleistung zu ziehen was ein bisschen schade ist aber ich finde es tatsächlich so schöne anzusehen das geht gar nicht wir brauchen um den warum den erhalten wir können wir schon wieder einschneiden über sauber dann sind wir auch echt schon da oben an der oberfläche eh wir können hier echt noch irgendwie ein treppenhaus mit reinbauen über dass man auch hoch kommt nicht so dass man gleich nach ganz oben laufen kann durch das fabrikgebäude oder zumindest mit anflanschen können wir es und haben da ein bisschen bewegung im gebäude drin was ich noch viel schöner finde so was ich habe ich kein beton mehr beton war alle habe ich geholt habe ich aufnahme nicht wieder gestartet clever oder super ich habe derweil schon mal weiter gebaut ich habe hier paar kabel verlegt und ich habe hier drin vor allem was umgebaut ich habe das hier komplett weggenommen hier war ja vorher außen ein splitter den habe ich jetzt nach hier drin gelegt und habe hier einfach zwei ausgänge dran geklatscht und wird mir das jetzt hier schön rüber holen wird es dann irgendwie so gestalten wollen wollen ist das richtige wort glaube ich in dem fall dass ich da oben so ein eingang habe will ich das im erdgeschoss haben ist eigentlich wurscht so denn dann kann ich jetzt einfach blut das passt sehr schön das wäre falsch rum das ist schon mal doof aber stattdessen sitzen jetzt hier ist eine provisorische wand hin damit ich die höhe halbwegs im blick habe und hier können wir nachher auch einen schönen diff dran sitzen herrlich das können wir schon machen müssen wir erst noch wieder nach ganz oben ok soll nicht das problem sein soll doch das problem sein weil wir hier noch keine rampe gebaut haben was war das denn ja ihr habt übrigens eine menge gefluche wieder mal verpasst weil ich das so gut kann und weil wieder sachen nicht so funktioniert haben wie die haben wollte okay da kommt der spaß schon und hier soll es dann bitte so das heißt wir können uns jetzt vielleicht umbringen hat nicht gereicht okay sehr gut eigentlich so aber was wir jetzt machen können ist den hier hin runter ziehen und oh gott passt die höhe höhe passt nicht dann müsste das so sein schauen wir mal jetzt passt die höhe und das führt dann dahin und das hier können wir uns ebenfalls da abholen indem wir einfach den so setzen die den nicht so setzen ich hoffe so setzen und dann passt das ist doch bombe oder was und dann leppt das da auch vielleicht sollte man einen höher gehen falls man hier mal mit dem fahrzeug durch will ja das erst mal ey mein green screen macht einen abflug leckt mich fett zack wieder dicht ups kann mal passieren schluck kaffee drauf apropos kaffee so dann haben wir hier auf jeden fall schon mal eins alles zusammen ich habe hier jetzt gerade in der aufnahme schon angefangen bis sie zu verkamen ich habe das alles schön sauber an die decke gelegt ne hab ich weiß gar nicht das hatte ich schon verlegt glaube ich bevor ich pause gemacht hatte und da oben läuft auch schon alles zusammen das heißt von der sache her haben wir jetzt schon alles da wir müssten da jetzt nur einmal fix strom hinbatschen die wir noch dringend benötigen die frage ist von wo hole ich den ich glaube ich krieg das hier einfach die wand hoch das heißt 1 2 3 4 reichen 4 für den fabrikator wir werden es erfahren was ist mit dem green screen ja das heißt der geht dahin und holt von da strom der geht nicht dahin scheiße damit wir hier ein gerades kabel haben damit können wir dann erstmal nach oben und brauche sogar zwei kabel ich brauche hier auch noch strömung ja ja also wenn du das kabel weg so auch da kommt doppelseitiger der nach hier führt und der fütter nach hier und dann müssen wir erstmal hier nach oben natürlich hängt direkt in der platte scheiße obwohl wir nicht gleich wieder den gleichen fehler machen das ist mir aber so ein niedriger und reißen den erst dann weg so und dann sind wir da oben perfekt das war knapp so mit dir können wir dann erst mal nach hier gehen und von da nach da kommen wir irgendwo mit ich drüber ja das wäre mittig dann machen wir lieber so ja ich danke die frau ist auch da wie sollte es anders sein ja und wir machen bei der tut mir leid mal wieder und wieder habe ich nicht in die richtige kamera gut so wo wir hier strom her du bist bis hier gerade durch und das ist ja auch blödsinn und kümmern ob es hier gehen 1 2 3 haben auch schönes strom gehört hier das ja herrlich und von wo aus gehen wir dann weiter von da gut einmal zu euch dann kriegst du und auch du und dann sparen wir noch mal ein rüber bis dahinten und dann hast auch du dann können die alle schon mal fleißig arbeiten schön schön ihr schafft alle 100 prozent du schaffst 100 du schaffst auch 100 und du solltest auch 100 stoppen du zu allererst weil du jeder erste der links bist okay das klappt soweit zeit für die fabrikatoren haben die müssen zeit hier ein bisschen vor zu produzieren ist auch schön und eigentlich kann ich da auch ein bisschen nach helfen oder ich noch schrauben da kriegst du von mir schrauben und schlag eisenplatten kannst du auch von mir haben die lief nur auf 87 prozent warum ist die frage eigentlich haben wir alles voll aber okay ist immer besser wenn wir ein bisschen vor auffüllen dann passt das in der regel sauber so jetzt brauchen wir unsere großen orges hier zwei fabrikatoren wie möglich dass sie passen hierher kommen hin meine fresse ich baue doch immer so gehen diese türme dafür das wäre eine hier und ich habe echt nicht genug plastik ich kotze ich kotze richter ich kann unten noch ein weg reißen dann habe ich wieder genug plastik alles cool arsch gerettet so und hier kommt der zweite hin ich will nicht runterfallen dabei so und ihr beide steht was sagt der produktion von zwei pro minute haben wir hier genug luft nein natürlich nicht ich heiße das schon mal ganz doof das heißt die müssten also saßen die falsch sich gerade gut dass ich noch mal abgerissen habe einmal so und einmal das das wird echt fehlgeeng das gefällt mir so gar nicht so aber die sind jetzt richtig und dann reißen wir das hier erst mal wieder ab weil wir das sogar nicht brauchen und dann kommen hier unsere dings hin logistik förderband splittern wir machen das wie beim letzten mal mit den dings auch kriegt alle die sachen von hier rein und punkt sie dann nach links und rechts weg hier ist noch wie ungültige form das ist ja ganz angenehm so du nach da wo können wir sauber hinstellen ja kein klippig bitte das finde ich ja besonders unschön ja da gibt es durch das will ich nicht das will ich so nicht ich weiß ich hatte das beim letzten mal so gemacht wie können wir das denn alternativ machen beziehungsweise wieso passt das jetzt nicht mehr ist ja eigentlich voll dämlich wohl warte mal nicht den hinsetze komme ich da nicht mehr durch so du bist auf jeden fall so zack und zack kriegst du von da und du von da bleibt nur er hier als problem übrig wie kriegte ich denn dahin so dass es nicht so sehr klippt so wird es nicht so wird es auch nichts oder kommt das hier und dann habe ich mir schon gedacht wie machen das ich könnte noch ein höher setzen denn wir alle nur zur deko ist ja irgendwie eine unschöne lösung das wäre das bisschen wie verloren das spiel klippt das da so ein bisschen ärgerlich läuft das hier ein bisschen schief ja ein klein bisschen können wir versuchen vielleicht müssen wir denn so machen und dann ihn hier aufbauen dann passt das genau wunderbar so ist doch schön so hier das gleiche in grün so dann die vier darüber einmal nach der und dann sind wir da auch sauber dran okay jetzt müssen wir die hier nur noch irgendwie daran kriegen wo ich krieg essen glaube ich das ist ja der wahnsinn dankeschön laktosefreie pizza und jetzt haben wir hier das problem ich hab's mir gedacht wieder einmal habe ich mich zu viel bewegt wie mache ich das jetzt wieder also klar hier der ist logo die geht einfach so hoch und dann ist er da auch zack aber der hier ist ein problem der ist ein echtes problem was denn sie guckt na gut frau guckt ich glaube frau guckt sich grad greenscreen an und ich mache das jetzt völlig unprofessionell und kann mir pf war ja abartig der müller widerlich aber sie ist noch warm muss man eigentlich ausnutzen ja dann schaltet er jetzt ab ja das ist ganz richtig so bleibt die frage wie kriegt den daran meine vermutung gar nicht tatsächlich gar nicht ohne hier nicht irgendwas dran zu ändern was hätte ich da für möglichkeiten ich könnte natürlich hier eine buchte dran bauen das will ich aber nicht ich kann hier nicht hoch das ist asi da sehe ich die asi wie mucki das ich befürchte ich muss das tatsächlich anders bauen das heißt das hier kommt alles weg und dann muss einmal ich versuche das mal so 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 und dann und dann na wende da muss ich hin und dann so der steht aber auch unschön dafür meine güte so dann kann der daran aber nicht so so kurz wie möglich das gute alte ist so dann na kommst du da hoch ne kommst du dann da hoch dann kommst du ii viel mehr Clipping geht ja kaum zack immer noch zu viel Clipping dann müssen wir so machen na sprengt ihr mir die aufgabe ja wuff 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 dicker Hund so ja das ist ja auch unerhört das kann man hier unerhört kriegt der Hund einfach nicht das essen so und dann den darüber und ii wie geht naja gut wir belassen das erst mal so so jetzt kommt das problem quatsch dass wir da irgendwie ja die fließbänder brauchen da hat mir so viel mühe gegeben und dann passt das alles nicht wie es soll ok was wir jetzt machen wir könnten so tun na na gehen wir so hoch und dann führen wir die so einfach wieder zurück sind wir dann auf der richtigen Höhe nicht mal annähernd alter das passt ja gar nicht wie machen wir das wie machen wir das wir machen wir das wir machen wir das wir könnten den bis da hoch holen und dann den da passen dran bringen müsste es so sein ja das passt schon mal ok das heißt der kriegt die gleiche höhe und der daneben auch so und dann müsste theoretisch ja war war so klar dass das dann nicht passt wie kriegt das sein ich meine das so ist kein ganz easy aber dass das da ankommt wie soll das wird interessant ja eigentlich bräuchte ich nur eine platte bis dahin das heißt ich müsste mir hier einmal eine wand holen ach komm so die da natürlich jetzt mal nicht auf der richtigen Höhe ist ach jetzt nervt doch nicht du spielen so und noch ein tiefer weil wir hier eine halbe Dings freier oh shit huppala huppala kann ja mal passieren so dann bis nach oben sipp 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 und dann sind wir schon wieder hier und können uns das ganze problem wieder angucken so genau erst mal da einmal rüber hoppen so dann müsste der nämlich wieder weg der ist nämlich auch überhaupt kein problem beim bauen und jetzt könnten wir nämlich gucken dass wir hier auf die richtige Tiefe kommen ich glaube dass wir tatsächlich hier nehmen wir aber die Bodenstützen weg und die Platte und dann µ naja das passt ja natürlich nicht und das passt auch nicht okay das heißt einen war der nach hinten dann werden wir hier machen wir hier auch noch so mit den Dingen dann auch gleich weg und dann fahren wir einmal nach unten so müssen wir natürlich auf die richtige Höhe kommen natürlich springe ich in die falsche Gasse Wattenscheiß so dahin und darüber und dann sitzt das perfekt das ist ja Wahnsinn so und das sollte hier eigentlich auch problemlos funktionieren zack ach ne den hatten wir ja so ausgerichtet dahin und du kannst ganz normal in die Richtung nur gucken dass wir die richtige Höhe haben daran daran tada so halt den wollte ich behalten so so weit so gut das ist auf jeden Fall mal eine interessante Konstruktion haben wir so ordentlich gehabt glaube ich so das kommt weg die Wände kommen auch weg die wollen wir nachher anders haben ja das kommt auch alles weg das ist alles Bullshit so dann machen wir hier erstmal ein bisschen zu so 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 das lasse ich tatsächlich auf der Breite ne einfach damit das Gebäude ein bisschen Schwung drin hat aber nicht bis ganz oben das ist Quatsch obwohl da hinten schon so eine durchgeschnittene Scheibe will ich nicht haben so dann ich gebe mir das hier erstmal tierisch auf den Zünder ne auch so eine pissige Dings verhindert dass ich da ratzfatz runter so dann fangen wir einmal an ich glaube einfach mit denen hier tatsächlich und ziehen die hier einmal rüber so dann hätten wir das schon mal bis nach da zumindest hier kommt es so dicht und dann gucken wir doch mal dass wir ein bisschen mit den Scheiben spielen die sind ungeeignet für das was ich vorhabe was habe ich hier immer dann haben wir immer die genommen dann nehmen wir hier die machen wir einmal so einmal so einmal so einmal so einmal so gut das lassen wir da und dann gucken wir gleich mal wie das auf Distanz wirkt gefällt mir das gefällt mir das nicht so wirklich nicht so wirklich zumal da dieser blöde blaue Streifen ist und ich eher hier die roten haben möchte wir können das mal mit denen hier versuchen das besser aussieht aber ich habe da meine Zweifel jetzt habe ich die beiden dauerl weggerissen na egal die kann man ja schnell wieder hinbauen mal sehen wie das wirkt das wirkt schon mal besser aber schön finde ich es auch nicht nimm das mal einmal weg jetzt setzen mal die wir nehmen das alles nochmal weg das gefällt mir nicht dann kommt die und dann können wir ja die hier nehmen die da ja sauber drauf passen nehmen wir zwei Reihen form und dann wieder einmal so das macht doch schon mehr her oder ich glaube das gefällt mir besser können wir nämlich wieder die hier machen damit wir damit der Ausgang hier nicht so raus springt nenne ich es einfach mal oder raus fällt aus dem Style und morgen hier dicht bis hinten rum da passt tatsächlich noch eine jetzt kommt noch ein Schniefen dazu ich kotze im Strahlen so und dann wieder die hier zack zack ich weiß nicht ob ich damit zufrieden bin so dass es bis zu den Ecken geht stört mich ne auf den Ecken habe ich tatsächlich immer ganz gerne dicht einfach damit es auch ein bisschen stämmiger wirkt und nicht jetzt wird es gleich auseinander fallen kriegt er eine Wand ziehen jetzt ja sehr gut ok das sieht doch eigentlich ganz gut aus das nehmen wir so fehlt noch die oberste Etage und natürlich hier hinten zack machen wir einmal dicht so und dann auch hier hin zack 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 ich bin hier tatsächlich rüber gekommen ich habe da selber nicht mit gerechnet so und dann reichen da vier ich glaube nicht ne ich glaube vier reichen tatsächlich nicht ne das heißt hier muss noch ein höher meine Fresse die Fabrikatoren sind aber auch echt gewaltig und ich muss hier irgendwie einen Turm ran spaxen der die Etagenfib oh ne das wäre fast schief gegangen wäre hier aber abgeschmiert das wäre dann so 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 hier überlegen wir uns gerade mal was ich glaube hier fange ich tatsächlich direkt mit denen an um das nicht ganz so wuchtig wirken zu lassen und dann machen wir hier mit weiter und jetzt geben wir echt die Eisenplatten aus jedes mal das gleiche hin und her und hin und her sonst gibt eigentlich keinen Grund hier offen zu lassen oder bis zur Wand ran ja aber jetzt holen wir erstmal fix Eisenplatten und da ist er wieder und hat Beton im Gepäck super gut das heißt wir können hier jetzt hoch bauen wie wir lustig sind und Rabimmel Rabammel Rabum und genau haben da dann schon mal rum und können jetzt hier tatsächlich glaube ich einen Schritt weiter gehen und die Fenster ein bisschen breiter machen so und müssen 1,2 dann haben wir Höhe 3 und wir brauchen 4 oder 5 5 hilft mir ich weiß es schon wieder nicht mehr ich bin auch ein Mensch der kann innerhalb von Sekunden mehr Sachen vergessen als andere Leute in ihrem ganzen Leben lernen ich bin manchmal von mir selbst genervt so jetzt kommen wir hier immer noch nicht hoch also irgendwas so geht das nicht so kann das nicht bleiben ich brauche dann noch ein Töbchen an dem ich hochklären kann schönes altmodisches Treppenhaus aber erst will ich dass der ganze Scheiß da an ist beziehungsweise fertig gebaut ist und dann brauche ich mir ein Treppenhaus dann laufe ich doch lieber nochmal einmal den Umweg hier zack dann müssen wir schon da sein so hier muss dann tatsächlich nochmal ein Tor ran oh ja habe ich noch nicht mal ach ja ich habe ja den Baum ausgespart tja Bäumchen ich glaube du verschwindest doch ich glaube du verschwindest doch außer ich lasse hier ein Loch aber dann muss ich bis hier wegnehmen tatsächlich und selbst dann lohnt es hier noch so ein bisschen rein unschön so produziert hast du ich habe mich noch gar nicht eingestellt dann kannst du ja noch gar nicht laufen das ist ja Quarz Oszillator ne Strom habe ich gerade eben schon angestellt bevor ich die Aufnahme wieder gestartet habe dann kann der nämlich schon mal seine Quarz Oszillatoren hier herstellen und dann können wir nachher gleich forschen wie gut ist das ähm ja von der Sache her ich glaube ich finde es doch doof wenn die hier bis ganz hingehen also zumindest bis dahinten den hier vorne würde ich gerne noch behalten die Wand da aber wir müssen dann nicht bis zur bis zum Gettner ran das heißt wir ziehen hier komplett hoch so dann drehen wir hier einmal rum gucken uns das mal einmal von hier an genau dann können nämlich die beiden weg und das hier kann auch weg ne gar nicht das ist ja ganz ekelhaft das ja i das ist ja gar nicht die gleiche Höhe na pfui na pfui na komm Gott das passt das passt auch und du nach da und du nach da das heißt hier kann ne nicht die Wand das kommt nochmal weg und dann brauchen wir die so das kommt weg das brauchen wir nicht und das bauen wir hier hin da machen wir alles zu Rabimmel Rabammel Rabum bis nach unten der Möglichkeit oh das wird das wird gefrickelt das gefällt mir jetzt schon nicht aber ok und genau da machen wir auch zu äh so so ja das fällt wenig bis gar nicht auf das ist glaube ich ein Clipping mit dem kann ich sogar leben so genau und dann kommt tatsächlich oha mit der Wand habe ich selbst nicht gerechnet mit der Wand habe ich da ja selbst nicht gerechnet mäh ne wie mache ich denn das wie mache ich denn das am dümmsten nur um diesen Baum hier zu behalten wirst du so ein Scheiß so machen wir das ne dann wächst der drüber scheiße ich habe mir so eine Mühe gegeben und dann passt das überhaupt nicht mh Moment dann machen wir einfach einmal so anders geht es dann ja nicht und dann so und so und so so ist das die Lösung erstmal ist das die Lösung ne und dann können wir hier nämlich weiter hoch bauen na seht ihr wohl wo die oben gibt es hier noch einen Grund außer diesem Turm eigentlich muss ich hier gar nicht mehr lang bauen also das bleibt schon noch ne aber hier kann ich dann eigentlich so eine Wand lang ziehen denn es sagt ja keiner dass das Gebäude bis hier gehen muss das hier brauche ich hier das in jedem Fall aber das kann ja alles weg das ist alles Bullshit ne warum weil warum soll ich hier einen leeren Raum hin bauen macht überhaupt keinen Sinn so das heißt mh das heißt vor allem erstmal du bist der im Weg und du hängst da auch noch dumm in der Luft rum aber das ist erstmal wie es ist du sollst da sauber drauf genau so und der soll weiter produzieren feuerfrei so und dann kann nämlich hier zack 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 und dann kann ich ja hier können wir ja wand rum ziehen das ist ja kein Problem kann man sogar noch bis hier hinten dicht machen ne ja machen wir auch so den Platz nutze ich ja gerne noch so dann bauen wir bis hier ran zack zack dann haben wir da schon den nächsten Baum ich kotze dann ist doch halt Schluss so ne bauen wir dann wieder mit der Schrägkante gleich damit wir auch die Krone da schön erhalten können und das hier ne für unseren armes kleines Männchen wie immer sie auch heißt bisschen Natur erhalten wird so jetzt könnten wir erstmal hier dicht machen damit wir das nicht mehr sehen müssen zack und dann bauen wir wieder unsere schönen Fensterchen nehme ich die hier das nervt mich ja ein bisschen ne na egal dann müssen wir lernen mit zu leben zack 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 dann bauen wir uns hier gleich noch eine Tür rein damit wir hier auch irgendwie ankommen zack zimmern uns hier Geländer rum so und dann ist das doch Schiri so dann gucken dass wir hoch genug haben fünf Stück war glaube ich die Maßgabe zack 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 ja Subra das ist doch genial scheiß so 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 weit müssen wir in dem Fall gar nicht das lassen wir mal noch das machen wir später so jetzt müssen wir gucken wie wir hier den Rest basteln ach ja so ist es denn hier ach so das ist hier schon die Kante okay ähm wie mogi dies ja den machen wir hier so ja das ist unsere stabile Ecke sozusagen so so das kann ruhig weiter so bis nach oben hoch beziehungsweise bis dahin wo wir es brauchen und viel weiter als hier brauchen wir es schon wieder gar nicht mehr dann machen wir ihn einmal so und äh machen wir die richtigen hier die halb hohen damit man es überhaupt erkennt und die kriegen wir dann auch sauber drüber und kommen uns nicht mit äh dem Fördermaster ins Gehege und dann können auch die hier bei der langen zack das muss ja nicht die ganze Fassade lang gehen macht ja überhaupt keinen Sinn naja ich habe hier nur die kleine Ausbeutung so ist mir hier aber eigentlich zu hoch gegangen scheiße einmal drunter durch und hier geht es natürlich weiter halt da nicht mehr hier kommt dann schon wieder der Pfosten eins zwei drei vier fünf sechs sieben zack und dann würde ich fast sagen fertig unsere guten Quarz Oszillatoren ihr habt noch Strom ihr arbeitet so arbeitet ihr nicht keine versteckten Eisenplatten warum habt ihr keine also hier sollte zumindest irgendwas laufen also das eine keine hat ok aber beide wie kommt das das muss ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen finden wir einen Weg wo wir nicht sterben ja hier sterben wir nicht so die Eisenplatten sind eine Etage höher scheiße ähm ja gibt es das gute alte Ups äh zack 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 ja geht das so ich brauche hier dringend noch so ein scheiß Ton was ist hier los warum laufen keine Platten ach kriegt hier aus irgendeinem Grund gar kein Eisen kann das sein ja warum kommt denn hier jetzt gerade kein Eisen an scheiße noch eins Mann es nervt Blick auf die Uhr ok bisschen Zeit ist noch also für mich privat in meinem Leben egal Aufnahme weiß ich nicht ich hab tatsächlich kein Plan wie viel Zeit jetzt schon rum ist äh aber anderes Thema einmal fix hier hoch und gucken warum kein Eisen läuft weil kein Eisen nachkommt dann seht ihr das auch gleich mal hier wird Eisen lang transportiert liegt ja auch alles brach ja alles tot warum ist ja alles tot weil die keinen Strom haben das ist ja super das ist ja bombastisch äh was läuft denn hier für bullshit du kannst gerne den da füttern aber anders halt so und denn äh ja äh 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 warum ist denn das da so mittig dran geklatscht das ist ja ultimativ hässlich Moment das geht ja so nicht so da ein mittig und da von mir aus auch ein mittig so den kriegt der von da nach da dieses hässliche irgendwas kommt weg und der schickt das ganze nach da dieses Unrumpf Ding kommt auch weg dafür kommt da noch einer ran so und so dann sollte bis auf da drüben die meine auch wieder alles laufen so hier bauen wir nochmal genau so ein und zwar hier hin zack klatschen das noch einmal drüber und dann kriegt ihr von hier Strom so lauft ihr wieder ja laufen übertaktet sehr schön und dann müsste hier gleich wieder Eisen kommen schauen wir mal die Frau schnaubft wie eine Dampflokke hierher ist vom Treppensteigen komplett erledigt und sagt tschüss und sagt tschüss Kriegen Kurs? was? jetzt wirds interessant bis nachher green screen weg man sieht aus so green screen wieder da alles cool ich hab grad gedacht was hab ich denn hier komisches hinter mir aber das war einfach nur die Hand meiner Spielfigur ups so genau Chef bleibt auch hier Hund also scheiße nicht ins Hemd so ah stimmt das Kind muss aus der Kita geholt werden huppala so aber den scheiß machen wir jetzt noch fertig hilft alles nix so da kommt das hin alles rüber maul auch nicht Hund nicht maulen maulen nervt mich will ich nicht so dann können wir uns hier eigentlich irgendwie mal eine Tür hin klatschen irgendwie ne damit wir wenigstens von hier aus rein kommen und da das ist hier das ist immer noch Müll das ändern wir jetzt erstmal hier was jetzt wie echt jetzt du bist ich kotze ne dann machen wir das anders kommt hier noch einer ran ne kann keiner mehr ran Aaaaah Mist okay dann so und was ist denn los Hund und was jaulst du so und na da muss echt noch einer drunter was denn hm was los so das hier jetzt hab ich den echt falsch ran gebaut ne alles richtig ok haaaah und passt sogar sehr gut und dann gehen wir hier bis nach unten hm du kriegst meine Pizza nicht das kannst du vergessen aber mal einwandfrei ne nix hm meine Pizza ja ganz sicher hm und das passt sogar Wahnsinn wobei das noch irgendwie uncool ist aber das muss auch gar nicht haha so so da ist die letzte falsch rum und dann müssen wir hier nur irgendwie zumachen zack 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 bis darüber und dann tataratata ist hier doch tatsächlich zu und wieder mal alles dicht an dicht gebraucht haha weil ich das so gut kann so da machen wir dicht da reißen wir weg und das Türmchen um da hoch zu kommen baue ich bei Seiten an bei bei Seiten ja ok das da haben wir noch scheiße ähm wie mache ich das denn erstmal brauche ich dich und du gehst ach egal mach ich beim nächsten mal schön bau kann ich noch anders machen es ist ja soweit erstmal so ganz cool so jetzt kriegen wir genug oszillatoren habe ich schon welche auf der hand nö aber die können wir nämlich gleich erstmal in die man bringen und dann können wir die karte langsam erforschen wie gut ist das wo ist denn jetzt der Eingang zu meinem scheiß Turm hier oben mann ich verlaufe mich in meine eigene Konstruktion ist auch ein bisschen kreuz und fehl muss ich zugeben so aber erstmal oben rin ein paar oszillatoren rausholen und dann ab zum mann richtig gut so hier kriegen wir rechte an jump ne gehen wir mal lieber hier oben rüber zack und dann sollte das passen machen dann haben wir wow vier und nochmal vier wie viel brauchen wir ich kann hier glaube ich eine man bauen ne habe ich ja ich habe tatsächlich genug da so dann brauchen wir viel quats oh wir brauchen nur fünf das ist ja super das ist ja super das ist ja super Analyse von Signaltechnologien da brauchen wir auch da fast nichts und dann kann ich endlich auch hier den Explorer bauen wie schön was ist das Funksteuerungseinheit brauche ich wahrscheinlich für den Explorer aber da brauchen wir Aluminium führen das habe ich noch nicht so aber die Meme hätte ich bei Zeiten doch ganz gerne wollen wir jetzt mal hier eine Werkbank quatsch ein Ausrüstungselemente das Werkstatt brauchen wir keine Werkbank und dann machen wir davon zehn Stück nackern so und dauert ja ewig bis ich die hier habe 5 naja gut ewig vielleicht nicht aber definitiv zu lange und ist gut so und so ich will jetzt die Scheißkarte hier freigespielt haben ne das machen wir definitiv noch in dieser Folge und äh äh hä wieso kommen denn da gleich zwei raus ich denke einer pro Minute das ist ja das war ja Strand zwei Quarz Oszillator und ein Teil pro Minute Alter euer ernst wer drückt das so aus dass zwei Teil äh ein Teil von zwei Quarz Oszillatoren pro Minute da raus kommen also beschissener kann man das nicht beschreiben also wie er auf die Idee gekommen ist sollen wir doch mal bitte verraten warum er dachte das wäre eine coole Idee das so auszudrücken wieso sind wir eigentlich bei 37% also es sind fünf Platten da wir können gleich die nächste produzieren jetzt sogar sechs das müsste eigentlich voll ausgelastet sein und die sind auch nur 39 es gibt keinen Grund dafür wirklich gar keinen zack kann gleich die nächste anspringen achso weil es langsam steigt okay okay ich habe nichts gesagt so jetzt wird fertig du scheiß Ding ich wollte eigentlich schnipsen ne aber äh ich musste mich dann doch eher nochmal aufregen muss ich eigentlich noch festplatten oh ich muss mal wieder auf Festplattensuche gehen Leute wir müssen Festplatt suchen fünf Minuten dauert das naja gut naja gut den dauert es auch nochmal muss ich eh gleich schnippen das ist auch wurscht aber ich will euch da noch mitnehmen ich nehme euch da auch noch mit ne da ist nix einmal husten einmal einsammeln boah man brauchen die lange ein Jahr pro Minute ist echt nix habe ich hier jetzt grad zehn Minuten naja fünf Minuten damit verschwendet neben dem Ding zu stehen und zu warten ich meine wie gut ist das ne also viel mehr geht nicht naja was macht man nicht alles ne dann habe ich noch nicht mal irgendwas sinnfüllendes erzählt naja so jetzt spuckt den aus geht doch so Quarz Quarz Karte und Forschung starten und wir sehen uns wieder in fünf Minuten zack haben wir die Karte freigeschaltet bestätigen jetzt können wir auch einen Radarturm bauen Karte wurde freigeschaltet so da brauchen wir ein paar mehr die können wir jetzt mal produzieren das müssen wir jetzt nicht nebenbei machen aber irgendwie muss sie jetzt aufgehen ne gucken wir mal an die Option äh Spieloption nein Steuerung Ping Flashlight Buildmenu Open Map Z warum ne ne also da rege ich mich direkt mal drüber auf wer macht denn Z Karte äh äh ja möchte ich übernehmen mit Sicherheit möchte ich das und dann tadaa haben wir hier doch tatsächlich das was wir schon entdeckt haben und wir sehen sogar unsere Züge fahren das ist ja super äh jetzt muss ich mich erstmal umgucken wo hier was ist wo ist unsere Main Base Mill City Joshis Baubut und ist das hier der Hauptbereich also das müsste unsere Hauptkarte sein oder? ja bis ans Wasser ran hier sind die Staudämme ja cool ja cool das sind die Signalisatoren die wir so schon gebaut haben aber wir können hier leider keine das finde ich ein bisschen schade jetzt muss ich hier mal gucken ja hier hier ist unsere Haupt Dings hier sind die Staudämme und die Bahn läuft hier so querfeldein ne wo sind denn unsere Kraftwerke ist das hier hier sind unsere Kraftwerke oder nicht hm ne hier ist Hell's Gate ne hier ist hier ist die Haupt Base haha schade wäre cool wenn noch eingezeichnet wäre was man so schon gebaut hat wenn hier irgendwie alles mit Platten ausgelegt werde aber es geht glaube ich nur im Dings hier ähm genau da sind die Kraftwerke hier ist die Hauptbasis hier sind die Staudämme und hier führt dazu klang jetzt haben wir es äh das geht glaube ich nur äh mit dem Calculator dass er da auch zeigt wer was wo gebaut hat aber schön haben wir das endlich ne und damit äh ich guck schon wieder dahin das will ich gar nicht ich will euch angucken viel schöner ja damit bedanke ich mich vielmals fürs zugucken äh ich hoffe ihr habt wieder ein bisschen Spaß und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal ne lasst ein Like da lasst ein Abo da hab ich immer Bock drauf ne jedes Abo zähl jedes Like zähl vor allem Likes sind geil für den Algorithmus und wenn wir mehr werden wollen und mehr hier zugucken und mehr Interaktion mehr Austausch dann müsst ihr fleißig liken also Like Button reinhauen und ihr habt mir sehr geholfen dann damit gut nun aber bis zum nächsten Mal vielen Dank euer Ragnar Bertuzon und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal